Herzlich Willkommen auf unserer Lost Place Tour. Da gerade ein. Noch ein Stück, noch ein Stück. Passt du. Perfekt. So, hier geht es dann rein. Was machst du? Jetzt mal die Kamera, ich geh mal vor. Hier heißt es wie ein Hocker, also wir sind auch nicht die erste, die hier reinmachen. Schucksack. Das ist eine Sauna. Ja, wir scheinen, wir sind jetzt hier mitten in der Sauna dran. Und jetzt siehst du noch ein paar Fußspuren. Ja. Wollen wir sie doch mal anmachen, wa? Eine Batterie. Geh mal an meinen Rucksack hinten dran. An meinen Rucksack hinten holen wir mal die Kamera raus. Ja, die Tür haben wir vorhin versucht aufzukriegen, das ist dann wohl vergeblich. Die sind sowas von verschraubt. Ja. Die geht nicht. Pass auf, was da drin ist. Vielleicht das hier. Irgendwann gegen Alarmel noch. So was? Ich weiß es nicht. So. Hier ist schon die erste Panzersperte. Siehst du, wie es jetzt auch geschnürt hat, oder? Ja. Das war die Tür, die wir vorhin versucht haben. Die hier. Weiter kommst du hier nicht. Die geht noch von der anderen Seite. Die müssen wir mal versuchen. Die sind nicht verschraubt, denn das kannst du nicht mehr machen. Aber die geht so seitig auf. Ja, siehst du es? Ja. Sie haben sie festgekauft. Dann passt das wahrscheinlich schon zum Restglas. Du hast ja knicken können hier. Wir sollen nicht weiter reinkommen. Da kommt es nicht mehr hier. Also alles dicht gemacht. Na, zumindestens waren wir mal hier unten. Mhm. Ich war schon ein bisschen hier. Und das ist eine Musikanlage. Hier noch ein schöner Haufen. Sagem SA von 2003. 2003. Oh, hier, ein Weihnachtskalender. Von wann ist der? Silvester, wir haben es bald. Aber von wann ist der? Steht nichts mehr. Eine pikante Überraschung. Der ist auch sehr nett. Staatliches Umweltamt in Erfurt. 1994 bis 2008. Kleiner Spiegel. Hier ist noch CDs. Robbie Williams. Swing when you're winning. Fahrplan 2014. Hier. Was? Ansichtsexemplar. Bleibt hier in der Sauna. Hier hast du noch ein Telefonphysischgespräch. Von den Jahren von 11.07.1996. Ist schon ein paar Jahre her. Letzter Eintrag. Hier. Jetzt haben wir eine Steinbrück. 04. Bier. Nichts mehr. Eine alte Anlage. Hier kannst du es dir drauf bequem machen. Bilderchen? Mhm. Das ist auch schön hier. Mit einer Mami und ihrer Tochter, wie sie durch die Natur ziehen. Dann müssen wir das jetzt schon mal auskosten, wenn wir hier sind. Erstmal einen alten Schaltkasten. Ich möchte behaupten, hier auf dem Gebäude gibt es bestimmt auch noch Strom. Könnte ich mir gut vorstellen. Nein, nicht, dass das ganze Gelände angeht. Das ist ein anderes Datenschau. Ich würde mal einen Tüschel machen. Hierfür, du mal eine Runde. Ich kann es ja gar nicht so recht schneiden. Ich will noch mal ein paar Bilder machen. Ich will noch mal raus. Ich will noch mal draußen fahren. Ich will auch von den Bildern machen. Ja. Ich will noch mal an. Och, ich will noch mal raus. Und dann, wenn man wieder rauskommt. Ich will noch mal, weil ich glaube. Ich kann es jetzt nicht vermeiden. Ich kann es dirocado. Ich kann es dir drama. Ich kann es dir, wenn du da mal rauskommst. Wenn du da um und d mechanism to zahmst, Ich kann es dirreden. So, jetzt sind wir jetzt mal wieder draußen, da geht es jetzt hier hoch zu. Oder wenn man sein Kampfgewicht einfach stemmen kann. Kannst du mein Gefühle jetzt noch filmen? Da ist das Geländer. Jetzt machen wir hier wieder über das Gelände rüber. Wo sind wir rein? Hier vorne. Aber ich bin der Meinung, wir gehen an den anderen. Ach naja, komm, jetzt haben wir es doch geschafft. Wenn uns einer fragt, haben wir uns verlaufen. Dann verabscheue ich mich jetzt erstmal. Und dann verabziehen wir uns jetzt hier in diesem Sinne erstmal und hören uns beim zweiten Lust Place. Cheerio. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.